Ich wette, die gibt es aber nicht in diesem Biom. Mal gucken. Wenn nicht. Konnt man ja auch so aus Seide, soweit ich weiß, Sachen machen. Allerdings bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aus was man wie hier jetzt hier volle machen kann. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Wieso laufe ich immer an die gleiche Stelle? Da hinten ist ein etwas ruhigeres Gebiet. Gucke ich mal, was da so los ist. Hm, laufen und laufen und laufen. Obwohl das Gebiet sieht fast genau das gleiche aus. Okay, damit kann man auch auf Gras gehen, das macht dem nichts aus. Gut zu wissen. So, ein String habe ich. Schön. Wetten, dass es eine Falle ist. Nein, war es nicht. Oh, ich sollte nach Hause. Dringend. Das ist jetzt schlecht gewesen. Solange hier draußen zu sein. Sehr schlecht. Naja. Ich bin ja rechtzeitig wieder zu Hause. Und zum Glück. Zum Glück. So. Was haben wir denn hier noch? Alles so schön ist. Schön. Rechtzeitig fertig geworden. Auch schön. Kohle. Kohle. Hier haben wir noch was. Copper Hour. Sonst haben wir nichts Besonderes. Hier haben wir noch was. Habe ich mich gemutet? Nein, habe ich nicht. Gut. String da. Raspberry Seeds. Amber. Okay. Cotton Streets. Dirt. Woodwillow. Cotton flesh. Ich brauche mir jetzt im Moment nicht so ganz. Appetite. Wozu braucht man Appetite? Okay. Weiß ich jetzt nicht genau. Titanium. Ah. Cool. Ich würde sagen. Ich brauche mir mal so ein Taunium Schwert. Und davon habe ich genau zwei. Gibt es auch die schöne Sortiermod wieder. Das siehst du doch schön. Habe ich ein schönes Schwert. Was hält das aus? 400. Okay. Das geht schon mal. Wieso nicht? Und. Eisen. So. Genau. Was wollte ich gucken? Ich wollte nach einer Tuttle. Ich möchte nur eine Mining Turtle haben. Wireless Mining Turtle. Crafting Mining Turtle. Advanced Mining Turtle. Wow. Wie viele Turtles es hier nur gibt. Mining Magnet Turtle. Das sind die Magneten. Das sind die. Das sind die. Das sind die. Das sind die. Wireless. Gut. Diamond. Scheiße. macht man aus einem Computer den Chest und Iron. Was macht man aus Stone? Was? Limestone Slate. Stone. Okay. Stone, Eisen und Redstone. Gut. Ich brauche also Redstone. Ich brauche Stone. Ich brauche Diamanten. Die ich im Moment nicht habe. Ich brauche was zu essen. Was ich auch nicht habe. Und. Ich baue noch. Jetzt habe ich alles. Genau. Eine Hose. und ein Head. Und ein Head. So. Eine Hose und ein Head. Ach, das sieht doch genial aus. Ja. So. Da haben wir es doch. Diamond. Gut. Haben wir hier irgendwo Spinnen? Nein. Nein. Die bräuchte ich nämlich eigentlich. Boah. Was da unten alles abgeht. Schon nicht mehr als feierlich. Der schießt auf mich. Der zielt auf mich. Nee, 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 nee. Ich würde sagen. Wie viel Uhr haben wir denn schon? Okay. Also gleich werde ich, ähm. Schluss machen. Ich muss nur gucken. Was ich jetzt hier noch alles. Habe. Und was ich alles bekommen werde. Oder so. Ähm. Also ich brauche. Redstone. Ich brauche Redstone. Ich brauche Stone. Stone kann ich mir schon mal machen. Und zwar. Sieben. Zweißig. So, dann habe ich schon Kohle. So. Da habe ich meinen Kupfer. Ähm. Und ich brauche Spinnen. Gegen die ich kämpfen kann. Die ich allerdings nicht finde. Warum weiß ich nicht. Wo gibt es Spinnen? Da ist eine Spinne. Super. Da hinten kommen aber auch zwei, drei Zombies. Wow. Schön. Das ist noch ein Zombie. Oh, das ist ein Ender Creeper. Ich habe eindeutig die falschen Mods aktiviert. Wollen wir denn noch Spinnen? Spinnen? Ich brauche euch. Wow. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Bitte. Komm. Nein. Da ist noch eine Spinne. Und da ist ein Skeletten mit einem verzauberten Bogen. Da ist noch ein Skeletten. Den möchte ich aber nicht haben. Komm, ich möchte wenigstens einen Vollblock haben. Vollblock. Das ist ja schön. Hier ist direkt ein Graslandbiom dran. Also ich muss sagen, entweder ich habe den Platz richtig scheiße gewählt oder er ist richtig gut geworden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil ich noch nicht weiß, worauf es im Moment in diesem Modpack ankommt. Oh. Das ist ganz schlecht. Oh mein Gott. Habe ich mich erschrocken. Okay. Das war's für heute. Und ich würde sagen, hör auf zu nerven. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.